Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten zwei Wochen. Vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddi. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phönixplan? Wir könnten entkommen. Der Phönixplan ist kein Evakuierungsplan, Hadi. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in zwei Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. In die Vergangenheit. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Die ist zu. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Der ist hinüber. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Naja, einen Versuch ist es ja wert. Ob das hält? Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Mit. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ich habe Dr. Angust gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich habe schon alles versucht. Aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um elf stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt sieben Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen Gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlichen... Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Worker-Holismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ich mache später Pause, wenn der Folger repariert ist. Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich die Zukunft der Weltruhe auf unseren Schultern. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Die stehen stellvertretend inzwischen. Ich meine... Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Hm? Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Hier habe ich ihn also versteckt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Unser Sonnenurlaub in Italien. Meter strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ein trauriger Anblick. Daran ist nur das Notwendigste. Ich räume das morgen weg. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duviskoye umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Mein Bett. Mein Bett. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin. Mann, wie lange war ich hier unten. Mann, wie lange war ich hier unten. Mann, wie lange war ich hier unten. Mann, wie lange war ich hier unten.